Musik Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sky Survival Mit dem ein JustAP Heyho Na Und ähm, ja Da ist ja schon öfter gefragt wurde Bei Justin und auch bei mir Und wieder erwartet wurde, ja, wo ist denn hier Der Sky Survival schon wieder, ja, da ist it Ähm, bei mir wird's denk ich mal sogar schon morgen kommen Denk ich mal Also, morgen ist Samstag bei mir Weil ich hab äh Für, fürs Wochenende noch eigentlich fast gar nichts Und bin auch wahrscheinlich das ganze Wochenende nicht unbedingt so Gerade anwesend und so Ja, ich lass dir mal abwechselnd doch immer Äh, alle zwei Tage ungefähr together Ja, ich auch Also ich geb manchmal halt zwei Videos Äh, also zwei mal zwei Videos am Tag Einmal together und einmal was anderes Was? Oh ne, das was ich, worüber ich mich grad aufgeregt habe Das hab ich im Hintergrund wieder gehört Ach, boah, alter So, ähm Holzhacke, da haben wir doch Ich baue uns mal hier die Kartoffel an Wir haben eine Eine ganze Kartoffel, du, da passt auf Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch mehr haben, aber Haben wir irgendwo noch was zu essen? Ne, hier nicht, das ist ja das Problem Ich geh mal rüber ins andere Haus und guck mal, ob wir da noch genug irgendwas zu essen haben Ja, ich muss auch noch einen Wasser-Eimer holen Ein paar Haben wir hier gar keinen Wasser-Eimer? Ich weiß nicht, ich hab grad nicht geguckt Aber ich wollte hier drüben eh noch was machen Da wir da ja hinten die Wand haben, wo wir verschiedene Quests haben Also, äh, immer Aufgaben, die da erfüllen müssen Haben wir schon eine Quest, oder was? Ja, wir haben eine erst erfüllt, diesen ein Diamantblatt Ja, haben wir noch eine Quest da Hä, die ganze Wand voll Hä, die ganze Wand voll? Achso, wir können welche machen, zum Beispiel Eisenblock können wir machen Ja, das meine ich ja, das war ja meine Frage Ja, ich glaub den Eisenblock, den wollten wir Ah, wir haben hier doch noch ein bisschen was Wir haben hier doch noch Melonen, ey Hm Alter Ich hab's jetzt auch gehört Es kotzt mich an So, warte ich Schreib die dich grad die ganze Zeit an, oder was? Ah, WhatsApp Spamt die dich jetzt gerade zu? Äh, ne, Klassenkonfi Ja, deswegen hab ich mein Handy mal auf Auf, äh, auf Aus, also auf Ach, wir haben einen Zaubertisch? Oh Mein Handy liegt gerade neben mir Und hat nur noch 6% Akku Warte mal Tenta Ach, ne Karotte können wir auch gleich anpflanzen So, ihr hört jetzt gleich was bei mir am PC Jetzt hört ihr gleich so ein Weil ich mein Handy jetzt einfach mal an den PC angeschlossen hab zum Aufladen Da war's wieder Ähm, ja, ich bin richtig professionell Muss man einfach Warte, haben wir hier Lapis Ja, warte, das zu Den Lapisblock kann man auch schon machen Lapis hätten wir drüben Warte, muss man auch einen Goldblock machen Weil Goldbahn haben wir auf jeden Fall auch Hast du schon einen Goldblock gemacht? Ne Gut, dann mach ich eben kurz ein Ich mach mal drei Lapisblock Ich glaub man braucht zwei oder drei Auch mehrere Goldblöcke? Ach, man kann das ja zur Not wieder zurückkraften Hm, ich glaub auch zwei oder drei Man braucht man fast ein, zwei oder drei Ich setz jetzt schon mal die Lapisblock und den einen Eisenblock So, äh Also ich hab auf jeden Fall genug, ich denk mal wir werden nicht mehr als 5 setzen müssen Ne Goldblock, hier haben wir einen Goldblock Ein Goldblock Hier noch ein Goldblock Gut Goldblock Goldblock Goldblock, äh, ich glaub doch noch mehr, oder? Warte mal, ist hier noch mehr Gold? Doch, einer noch Da ist noch ein Goldblock Zwei noch Zwei, drei noch Drei? Ja, da war noch einer Wo ist noch einer? Ach, da Ja Hätte er noch mehr als 5, ey Fast einen ganzen Stack Ein paar Braten für Goldblöcke für unsere Quest-Style Ich kann nicht mehr rennen, hast du noch Melon? Ja, ja, sieben Stück Ups Liegen vor der Haustür So Warum hört man die Musik bei mir eben, äh, jetzt schon wieder nicht mehr, ey? So ein behindertes, leises Lied, ich hab doch die Musik eben viel lauter gemacht Ich weiß, das kenn ich irgendwoher Ich auch Oh, mach doch nicht immer so leise Lieder, ey Jetzt ist bei mir wieder lauter, jetzt hör ich das auch wieder, ey Ich hab die gerade eben ein bisschen runtergedreht, weil die halt zu Anfang echt viel zu laut war So, warte, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch, noch Eisenblöcke Ja, das ist mir klar, aber wir haben nicht, äh, wir haben kein Eisen Man könnte noch einen Diamantblock machen, aber wir haben neun Diamanten Hier haben wir neun Diamanten, oder? Und drum haben wir drei Oder zwei Also, sollten wir das nicht unbedingt zum Diamantblock machen Ne, müssen wir, wir müssen eh da mal Also, wir müssen mal gucken, dass wir mehr, mehr Quests erfüllen hier Ja So, warte, ich wollte einen Wasser einmal, da noch wollte ich gucken Genau Ja, dann können wir auch mal Rotterberg gar nicht, das heißt, wir haben alles drüben Haben wir noch hier irgendwo Melonen? Ne, oder sowas? Oder ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, Knochenmehl Ja, dann nimm das alles nur mit, weil ich möchte ja drüben jetzt Oh, anfangen Das fällt an Pflanzen Ja, was ist das denn? Wollen wir mal eben, äh, hier drüben pennen gehen? Ja, ich lieg schon Auf dem Weg zu einem Monster Ja, ich lieg schon Ich lieg schon, ich lieg schon im Bett Hier in unserem schönen Bett Komm her, Justin Ich war schon Ja, gut Ich wusste nicht, ob das jetzt unbedingt, äh, noch hier in dieser Version so funktioniert Wie wir uns das, äh, gerade beide gedacht haben Das sieht doch schon viel besser aus, wenn wir jetzt mehrere Blöcke haben, ey Ja, warte mal Wo wollen wir auch noch, wir haben auch noch Melonenkerne Ich nehm noch mal ein paar Melonenkerne Hier ist auch noch so ne Eisenhacke Ähm, was könnte, wir haben noch TNT Ich weiß Der letzte Rest, den wir retten konnten Nachdem, äh, du da erstmal alles gesprengt hast in der Einfolge Ja, oh Gott, ey, wir sind auch Da bin ich auch ein bisschen ausgerastet Ich weiß, oh, wir haben noch einen Zaubertisch Ja, hab ich doch gerade gesagt Könnten wir eigentlich auch mitnehmen, aber ich trau mich gerade nicht Nimm mal den Rest der Knochen mit 41 Level 46, Alter, wir brauchen unbedingt diesen Zaubertisch und ganz viele Bücherregale Und ganz viele Bücherregale Bücherregale Ja, wir haben ja genug Zuckerrohr, hier haben wir ja schon ein bisschen was liegen Ein paar Stacks Zwei Brauchen wir nur noch Leder Ach, Gold haben wir ja auch noch 26, da nochmal 15 Obwohl ich glaub, diese Map ist Warte mal, wann, wann wurde die denn gemacht? Wurde die gemacht, wo man schon, äh, Dingster-Boomster brauchte? Wo man schon Leder brauchte? Äh, ich glaub nicht Ne, da müssen wir uns, denk ich mal, ein Stack Leder oder so cheaten Weil wir bräuchten dann ja eigentlich nur Zuckerrohr, ne? Ja, ernsthaft, wir haben hier keine Wasserquelle Haben wir auch nicht Wir haben hier nur ein Wasser, ich muss jetzt erstmal Wasser, äh, holen Wir haben nämlich nur einen Scheiß Eimer hier, super In drüben Korb, der ich noch ein, falls ich noch Eisen finde Ja, mach das Wenn du nämlich gleich zwei mit, dann kann ich, äh, immer einen Schönen Ja, hier ist nur einmal Wasser Ja, nur einmal, das ist das Problem So, ich schmeiß mal hier oben, dann gleich mal Die Knochenmeer und sowas rein So, warte, haben wir hier Eisen noch Hä? Ich glaub, die Musik ist gerade lauter als der Minecraft Sound So Ein Eisen Guck, 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 guck Okay, wir haben noch ein Eisen hier Jetzt kann ich hier mal einen Scheiß Eimer machen Dafür wäre ein Elf Eisen und vier und so gewesen Ja, da, aber Haben wir noch, haben, hast du eine Holzhacke mitgenommen? Ich hab eine Holzhacke, ja Ach, das meinte ich gar nicht, eine Holzaxt Oder, also irgendeine Axt Ich höre, glaub ich, noch ein bisschen Scheiße, wir haben immer noch weiter der Tee drauf, ey Oh Mann Wieso denken wir da nie dran, das runter zu machen, ey Wir sind dämlich Ja, echt, ey Es ist richtig schlimm Lasch das, wir sind dämlich Ja, ich weiß Wir sind nämlich mit dämlich, ey Aber nur ein bisschen Ein bisschen viel Oh, ich liebe dieses Lied, ne Din, 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 din Bei der Lava, äh Zu der Lava müssen wir auch noch hoch, ey Ich mag, ähm, Elektroswing von, ähm, Jimmy voll Ich nix wissen Das ist so, din, 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 din Guck mal, wollen wir hier in den Garten gleich mal was anpflanzen Ah, scheiße, ich hab keine Spitzhacke Oh, warte, ich hab eine Wo bist denn du? Hier im Garten Machen wir den Block weg und denn da, die Holzblocke da oben Den auch noch? Ja So, ich hätte zugelacht, wenn wir Timber noch drauf hätten Das ganze Haus Den auch noch am besten Welchen, aber Das ist das halbe Haus weg, ups Das war jetzt nicht zu geplant, aber, ähm Hey, wir haben doch eh mal in so einer Wage-Folge Hab ich doch mal nie Ja, ich würde das Haus hier drüben kaputt gemacht Ja, weil, äh, du Holz haben wolltest Und drüben hatten wir noch ein paar 6 Rohholz Ja, und ich fahre mal rüber zu laufen Hä, hast du nur einen Eimer gehabt jetzt? Ja Ich hab jetzt noch eine endliche Quelle gemacht Und jetzt packe ich hier den wieder zurück Oh, das ist doch schlau Zur Kabelfarm, so Warte mal, dann bauen wir hier auf der Seite die Dinger an Hier die, ähm Hier die Teile Da Ja, Melons Melons So Aber Melons sind zu scheiße, die bringen so wenig Ja, und Das ist aber schnell das Essen, so Ja, da ist aber dann auch 3 Stunden und Äh, bist für 3 Minuten satt Warte mal, was passiert denn, wenn ich die kaputt schlage? Ach, krieg ich mehr raus Okay, das ist super Aua Wieso? Hast du noch Knochen, Mel? Dann mach mal hier jetzt die Mach nicht die ganze Million Scheiße da Die können noch alleine wachsen Warte, ich hab noch ein bisschen Knochen dabei Ich hab genug Knochen dabei So Oh, Kartoffeln Wir brauchen ein größeres Feld Ich hab zu viel, dass wir anpflanzen können Du hast auch noch eine Axt, ne? Machen wir die Zeug Ja, genau Wir bauen jetzt hier einfach, wir erweitern Wir bauen aus Warte, lass ich ins Karotte dann da noch Warte, wir können ja 4 nach hier gehen, ne? Ja Dann mach ich hier die Kartoffeln hin Ey, nicht essen So Hier muss dann wieder eine Wasserquelle hin, oder? Ups Das ist häselig, so Hier muss eine Wasserquelle hin, oder? Äh, warte, 1, 2, 3, 4, ja Ja Ja, dann machen wir hier noch eine Wasserquelle wieder hin Ich baue mal ein paar mehr Zäune Warte, machen wir noch mehr, oder? Machen wir noch 4 weiter? Ja Okay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Reicht das so? Warte Ja, das reicht so Guck mal, da am Ende des Zauns ist jetzt das Ende Soll das Ende sein Ja, das reicht Gut, warte mal, dann mach ich jetzt mal eben Haben wir noch Holz hier So Ja, ein bisschen was Mach den Schauen kaputt! So Ah Also irgendwie, die Musik passt so gar nicht dazu Ja, die Musik bei mir ist so mehr gechillt, äh, milde, milde Mucke Und wird grad schon wieder viel zu laut Ich schwöre es dir Manche die hier sind einfach viel zu laut Dann die nächsten wieder viel zu leise Warte, 1, 2, 3, 4, zack Ups Der hat's geleckt bei mir Der hat mein Mein kackt geleckt Der mein kack? Mhm Haben wir hier, äh, hast du einen Knochen von hier oben genommen, oder? Okay, da haben wir welche Ja, ich hab noch ein paar Knochen Ich hab auch noch mal ein paar geholt Warte mal, wollen wir nicht mehr Kartoffeln anpflanzen? Ja Mehr Kartoffeln Kartoffeln sind Gott Die müssen wir zuerst, äh, kochen, aber trotzdem Ja, und? Ja, und auch Möhren hier Oh nein, ey, ernsthaft? Oh nein Seit wann haben die denn so nen lustigen Sound? Ich kann nichts Ich hab mir den Metallbuck Dein Reconnector Ja Alter! Ich kann nicht mal mit dem Server drauf Wie? Wenn ich unseren Server an... Oder versuche unseren Server anzukriegen Geht ja... Also verstiebt sich der Server und geht auf den anderen Hm... Ich komm nicht auf den Server drauf! Was könnte man denn nochmal machen? What the fuck? Ich muss... Kurz die Aufnahme stoppen? Ne Ich bin komplett ins Hauptmenü, äh, gegangen Ich hab aber immer noch... Okay Ich muss die Aufnahme stoppen Oh, ey, verfickte Scheiß Jetzt verschieße ich das wieder hier so ein bisschen, ey, das Ganze Ich hoffe, das dauert bei dir nicht so lang Dann musst du die Audio... oder speicherst du die Audiospur nochmal komplett ab Äh, weiß ich nicht Ja doch, ich speicher die komplett ab, ist sicherer Geht leichter Gut, dann würde ich mal sagen Wir sehen uns gleich wieder Bis gleich, Leute So, jetzt geht's bei mir auch wieder weiter Justin hat's hingekriegt Woah, Kompetenz Ja, Windows ist so scheiße Hab ich ja schon mal erwähnt? Dass ich Windows sehr doll liebe Und Java auch Hab ich ja schon mal erwähnt Obwohl diesmal war's doch gar nicht Java, oder? Nein, ich mach Java trotzdem nicht Haha Java ist trotzdem schuld, ich mach's trotzdem nicht So Oh, jetzt ist es schon wieder hier Ach du Scheiße, ich geh mal eben kurz pennen So, einmal kurz entspannt legen hier Und dann einmal kurz...